So, dann heben wir mal das Gewitter auf. Das ist der Bier mit dem Zigermais. Das ist ein bisschen aus dem Bild genommen hier. Ganz schlecht. Jetzt warten wir auf einen schönen Glitz. Das ist ein bisschen aus dem Bild. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen Werbung machen. Ein bisschen Werbung machen. Ein bisschen Werbung machen. Ein bisschen Werbung machen. Und von links scheint es wieder aufzuklagen. Man sieht am rechten Haus, an dem gelben Gebäude, rechts, dass die Sonne da schon durchkommt. Jetzt knallt es so komisch. Es scheint Hagen zu sein. Man sieht am rechten. 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 Vielen Dank. 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 Das war's dann mal wieder.